Hallo zusammen, Aizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, ein Spatz in der Hand anzunehmen bei Tissale-Krähe, im Chial, an dieser Stelle, am Eingang vom Gebäude. Vor Quest-Waben, Augen auf beim Eierklau und das Wurmschwingen-Problem. Ich habe die Quest mal angenommen und wir müssen jetzt in eins dieser Quest-Gebiete fliegen. Mobs drumherum am besten gleich mal ausschalten. Und ihr seht, dass hier stehen so Feuer. Da sollte es Merve davon geben. Es gibt auch Merve-Quest-Gebiete. Ja, jetzt ist noch ein Mob gedreht. Nennt sich Harpien-Signalfeuer. Ich benutze das in dieser Position. Mal schauen, was passiert. Ah, da kommt ein Mob. Den müssen wir anscheinend besiegen. Okay. Vorsicht, den Mob nicht töten, sonst backt es eventuell. Denn Tissale muss den Mob gefangen nehmen. Da ist er im Schwitzkasten. Nun müssen wir diesen Mob befragen. Warum stehlt die Eier ab? Blablabla. Nächste Sprechblase. Hörzulassen oder töten? Ich glaube, für YouTube ist es besser, wenn ich den Mob freilasse. Nicht, dass es heißt, hier, wie ich würde, ne? Eventuell, dass noch das Video gesperrt wird. Pröst ist bereit zur Abgabe bei Tissale-Greye im Hial an dieser Stelle. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach Video positiv bewerten und oder meinen Kanal abonnieren. Dazu blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonniertknopf ein. Und in den Kommentaren gibt es noch den Link zu meinem Twitch-Kanal. Könnt ihr auch gerne vorbeischauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao. Ciao! Bis zum nächsten Mal.